35 Jahre Oper Burg Gars und gleich zwei Premieren. Zum einen die der Oper Lelysid Amore und zum anderen die des neuen Intendanten Clemens Unterrainer. Es verspricht somit ein ganz wunderbarer Abend zu werden. Bist du ein bisschen nervös? Ja, eigentlich schon, weil sonst als Künstler, da weiß ich, was ich machen muss und bin auf der Bühne dann zu Hause. Aber hier, da kann ich gar nichts mehr aktiv so tun. Ich kann versuchen so zu schauen, dass es allen gut geht. Das ist das Wichtigste heute für mich. Aber es ist gut studiert und es ist gut geprobt und wir haben ein Glück mit dem Wetter und da freue ich mich sehr. Aber ich bin nervös, ich gebe es zu und das ist gut so. Was habt ihr denn bei der Inszenierung besonderen Wert gelegt? Also auf die Geschichte selbst als Liebesgeschichte natürlich, die im Zentrum steht und das aber gleichzeitig man auch an sich selber glauben soll und eben nicht glaubt, dass man Heilsbringer braucht und Wundermittel, sondern an seine eigenen Kräfte und Stärken glauben sollte. Das Bühnenbild ist ja relativ reduziert, so wie es aktuell aussieht. War das beabsichtigt? Was waren die Hintergründe? Macht nichts viel Sinn, ein großes Bühnenbild vor ein Bühnenbild zu bauen, das man schon hat. Es ist eine wunderbare Ruine. Sie passt herrlich in die Geschichte und den Rest können sich die Zuschauer auch mal vorstellen. Man muss ihnen nicht alles mit großem Brimborium vorsetzen. Ich mag die Burg einfach, weil sie so ein schöner Platz ist, wo man einen tollen Überblick über die Region hat und natürlich die Oper ist auch immer ein Fixtermin jedes Jahr und das Wetter hält eigentlich auch immer. Tolles Ambiente. Ich kenne die Burg nur vom Vorbeifahren. Jetzt sehe ich sie einmal von innen und natürlich freue ich mich auf den Tonizetti und auf einen schönen Opern an. Bufa, der Liebestrank. Ich nehme mal an, eine Frau wie sie hat noch nie in ihrem Leben einen Liebestrank benötigt. Ja, ich glaube, dass es immer gut, wenn man einen Liebestrank zur Seite hat und so ein Glashal bei uns in der Region ist schon etwas Feines, das unterstreicht einfach die Gemütlichkeit. Eigentlich nicht schaden, wenn sie es so sagen, genau genommen, aber de facto habe ich es noch nie benötigt. Es ist ja eine der wenigen Locations, in der noch unverstärkt gesungen wird. Inwiefern schätzen Sie denn das? Es ist einfach wunderschön, weil es einfach auch die ursprüngliche Form ist. Also ich bin schon sehr gespannt und es ist eine wunderbare Kulisse und ich hoffe, das Wetter hält. Man fühlt diese schöne Energie von diesem Ort und natürlich, ich freue mich, hier zu singen, besonders, weil die Stimme öffnet sich so anders. Stimme trägt so und sagt, man geht zur Mauer und dann zurück. Also es hat so einen D3-Effekt und ich fühle mich wirklich wie in einer kleinen Arena, die Verona hier. Also ich genieße total. Worauf freust du dich denn jetzt schon heute am Prämierentag? Es ist eine Rolle, auf die ich schon lange gewartet habe. Schon seit meinem Studium war das ein Traum von mir, diese Rolle singen zu können eines Tages. Und jetzt bin ich gerade dabei, diesen Mount Everest für mich einfach zu erklimmen. Und ich freue mich wahnsinnig, hier eben heute eine meiner Traumrollen debittieren zu dürfen. Wir werden heute hoffentlich, toi toi toi, auch wirklich Sternstunden erleben, wo junge Künstlerinnen und Künstler und junge Sänger auch einen Durchbruch erleben und zum ersten Mal den Hauptrollen auf der Bühne stehen. Das ist mir wichtig. Da soll auch die Bühne und das Sprungbrett für junge Künstler sein. Und da freue ich mich sehr und hoffe, dass mir das gelungen ist. Schömmel Applaus